Im Einstein-Kongress in St.Galen hat die zweite Digital Conference Ostschweiz stattgefunden. Moderiert hat diese spannende Anlass die SRF-Moderatorin Binja Silberschmidt. Und alle haben sich gefragt, wer wird Digital Shaper Ostschweiz 2024? Die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Miriam Meckel hat eindrücklich aufgezeigt, wie KI richtig oder sinnvoll genutzt werden kann. Es gibt in Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Verwaltung ein Riesenpotenzial für den Einsatz von KI. Da ist die Rede von mehr als 50% der Arbeitsschritte und Prozesse, die man durch KI ersetzen kann. Das heisst aber nicht, dass 50% der Menschen entfallen, die dort arbeiten, sondern dass sie andere Arbeiten machen können, dass sie bessere, höherwertige Arbeit machen können und die einfacheren, repetitiven Sachen der KI überlassen können. Und da müssen wir jetzt die Entscheidung treffen, dass wir in diese Richtung gehen, um unsere Wirtschaft gut zu entwickeln. Stefanie Leimeister hat die spannende Podiumsdiskussion Metaverse und KI mit interessanten Gästen moderiert. Es hat natürlich auch gelacht werden an der Digital Conference Ostschweiz. Verantwortlich dafür war unser Überraschungsgast. Die Gespräche sind ja schon sehr vertieft in gewisse Themen und ich weiss nicht, wie viel Humor die digitale Welt zulässt und für das bin ich dann da gewesen. Teilnehmer haben sich im Vorfeld zwischen unterschiedlichen Breakout-Sessions entscheiden und haben dort spannende Informationen aus ersten Händen bekommen. Ein weiteres Highlight war der Fireside-Chat mit Roy Tever, moderiert von Christoph Lanter. Super war es, es hat viel Spass gemacht. Ich bin ab und zu in St. Gallen und es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr diverse auch. Und ich glaube, das Take-away ist, die KI ist überall super relevant. Und entscheidend ist, dass man die KI so nutzt, dass es der NrB auch einen Impact hat, entweder direkt im Unternehmen oder bei den Kunden. Und als Beispiel, wie wir neue Wege beschritten, wir sind seit kurzem der Tech-Partner vom FCB und wir sind auch happy, dass er jetzt wieder besser spielt. Und das ist hoffentlich auch dank unserer Technologie. Und dann ist es soweit gewesen. Der Digital Shaper 2024 ist gekürt worden. Ja, es war für mich wirklich extrem überraschend. Die Konkurrenz war sehr, sehr hart. Umso stolzer macht es mich und umso mehr freue ich mich, dass ich repräsentativ für das Team diesem tollen Preis entgegennehmen darf. Zum Produkt selber. Uns ist es gelungen, ein physisches Produkt mit einem digitalen zu kombinieren, ein fügitales Produkt. Und somit waren wir die Ersten weltweit, denen das gelungen ist, die älteste Anlageklasse mit der modernsten zu kombinieren. Und es hat sehr gut funktioniert. Das war es, Digital Conference Ostschwiz 2024. Toll war es, interessant war es. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.